Mark Twain, der Mann aus Philadelphia Ein Mann aus Philadelphia beging selbst Mott und hinterließ folgendes. Ich heiratete eine Witwe mit einer erwachsenen Tochter. Mein Vater verliebte sich in meine Stieftochter, nahm sie zur Frau und wurde somit mein eigener Schwiegersohn. Meine Stieftochter wurde meine Mutter. Meine Frau gebar einen Sohn, den Schwager meines Vaters, und gleichzeitig meinen Onkel, denn er war der Bruder meiner Stiefmutter. Nun bekam die Frau meines Vaters einen Sohn, das war also mein Bruder und ebenso mein Enkelkind, da er ja der Sohn meiner Tochter war. Demzufolge hatte ich meine Großmutter zur Frau, weil sie die Mutter meiner Mutter war. Als Ehemann meiner Frau war ich gleichzeitig ihr Enkelkind, und da der Gatte einer Großmutter stets Großvater ist, bin ich mein eigener Großvater. Und da der Gatte einer Großmutter ist, bin ich mein ganzer Großvater. Untertitelung des ZDF, 2020